Hallo, mein Name ist Pia Lothmann und wir sind hier bei Heilbronn auf einem unserer Versuchsstandorte im Rahmen der Aktion Keiner Drichtt mehr. Ich selber komme von einem Ackerbaubetrieb im Rheinland und bin schon sehr gespannt, wie die ersten Vergleiche der Produkte hier zu sehen sind. Max, sind schon erste Unterschiede zu erkennen? Ja, Pia, wir stehen hier in der Sorte Akteur. Kurze Erklärung zum Versuch. Wir haben im Fuß- und im Ehrenbereich eine Überkopfbehandlung vorgenommen über alle Parzellen und vergleichen nur die Wettbewerbsvarianten im Blattbereich. Hier in der unbehandelten Kontrolle kann man sehr gut sehen, dass Septoria trititzi die bestandesbestimmende Krankheit ist. Und wir sehen, dass wenn wir eine Pflanze hier entnehmen, nur noch eineinhalb gesunde Blätter vorhanden sind, aber auch auf denen kannst du Septoria trititzi finden. Wenn wir nun in die Variante mit Adexa gucken, dann können wir sehen, wenn wir eine Pflanze entnehmen, dass wir noch nahezu drei gesunde Blätter haben, auf denen nur im unteren Bereich Septoria trititzi zu finden ist. Wenn wir nun weitergehen in andere Parzellen, hier haben wir nun die Variante mit Xeriax und auch hier können wir sehen, dass wir in der behandelten Variante noch nahezu drei komplett gesunde Blätter haben. Auf dem Fahnenblatt finden wir gar keine Krankheitssymptome, lediglich auf dem F-2 ist etwas zu finden. Und hier zu meiner rechten sehen Sie die Variante mit einem Vergleichsprodukt. Und in dieser Variante kann man sehr schön sehen, dass das Vergleichsprodukt auch eine sehr gute fungizide Leistung bringt, aber ca. ein halbes Blatt weniger an grüner Blattmasse besitzt und Sie können auch noch auf dem Fahnenblatt Krankheitssymptome finden. Das war ja schon mal sehr interessant. Und was würdest du bei dem Erntezeitpunkt sagen? Ich gehe davon aus, dass wir hier bei der prognostizierten Witterung die nächsten drei bis vier Wochen mit der Ernte rechnen können. Okay, und für euch Landwirte bleibt noch bis zu diesem Samstag, der 30.06. Zeit, am Gewinnspiel für den Fendt 828 Vario teilzunehmen. Wir wünschen viel Glück!